Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Reizthemas. Hier auf meinem YouTube-Kanal der Reizeffekt klare Kante gegen dumpfe Parolen. Heute wieder an meiner Seite der liebe Michael, der sich die Zeit nimmt hier mit seiner Expertise, seine Ansichten mitzuteilen und hoffentlich einen Mehrwert für euch alle zu bieten. Es ist heute ein kontroverses Thema. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch ein bisschen gezögert, ob ich mich dieses Themas überhaupt annehmen möchte. Aber wir wollen hier keine Feiglinge sein. Es ist ein wichtiges Thema und hier werden wir es auch nicht allen recht machen können. Aber ich glaube gerade aus unserer Perspektive als Aussteiger aus der Neonazi-Szene könnte es für den einen oder anderen durchaus einen Mehrwert bieten. Was wir hier zu sagen haben, ihr könnt es vielleicht schon erraten, es geht heute um die Causa Aiwanger. Seines Zeichens stellvertretender Ministerpräsident als Parteiobmann, Parteivorsitzender der Freien Wähler in einer Koalition mit der CSU. Er ist die Tage ja des Öfteren in den Medien erwähnt worden, weil Anschuldigungen laut geworden sind. Er hätte als Jugendlicher ein antisemitisches Flugblatt dabei gehabt, was dann auch in seinem Schulranzen gefunden wurde. Dafür wurde er dann bestraft. Wenig später folgte dann die Erklärung, das hätte er selber nicht verfasst, sondern das wäre sein Bruder gewesen. Das hatte schon so ein bisschen Geschmäckle, weil das erst ziemlich zeitversetzt kam und der Bruder sich auch nicht weiter dazu eingelassen hat. Jetzt sind mittlerweile sehr, sehr viele Vor- und Anwürfe in Richtung seiner Person laut geworden. Da können wir gleich nochmal näher drauf eingehen. Der letzte Stand der Dinge ist, dass er einen Fragenkatalog von 25 Fragen von Markus Söder beantwortet hat, auf dessen Grundlage Markus Söder dann entscheiden möchte, ob er Aiwanger seines Postens enthebt, entlässt und ob die Koalition mit den Freien Wählern weitergeführt wird oder nicht. Bei den Freien Wählern hat es auch kräftig im Gebälk geknarzt. Es gab Landesverbände, die sofort einen Rücktritt und einen Rückzug Aiwangers gefordert haben. Es gab solche Verbände, die sich hinter ihn gestellt haben und man muss schon sagen, auf so eine Art Trump-Effekt gehofft haben, indem sie sagten, hier der totale Outsider, der wird jetzt hier wie die Sau durchs Dorf getrieben, eine Hexenjagd, ist auch Aiwangers eigene Wortwahl als Populist. Er versucht sich hiermit, so meiner Ansicht nach, so ein bisschen aus der Verantwortung zu stehen, weil das ist so mein Resümee aus der ganzen Angelegenheit. Er hätte von Anfang an klar, deutlich und ehrlich kommunizieren müssen, hätte von Anfang an entweder sagen können, das ist totaler Schwachsinn, was mir da vorgeworfen wird, da habe ich gar nichts mit zu tun oder hätte sagen können von wegen, okay, ist 35 Jahre her, ich habe damals halt kräftig Mist gebaut, das war eine Phase, da fand ich vielleicht Hitler ganz toll oder wollte massiv provozieren und habe deswegen so einen Schund von mir gegeben, habe deswegen Witze gemacht und habe deswegen Hakenkreuze gemalt und ähnlichen anderer Angelegenheiten, aber das ist zum Glück vorbei und ich habe mich weiterentwickelt und das hat er alles nicht gemacht. Es war immer so der Versuch zu bagatellisieren, von sich zu schieben, dann in den Gegenangriff zu gehen und hier werden Dinge gegen mich erfunden und hier wird jetzt eine Kampagne gegen mich geführt und was für ein Schmutz, der da ausgegraben wird und alles erstunken und erlogen. Und zwischendurch kommen dann auch wieder Töne, naja, es täte ihm leid. Und man sich ja dann die Frage stellen muss, wenn ich nichts gemacht habe, muss ich mich ja auch nicht für irgendwas entschuldigen, da kann mir auch nichts leid tun, aber es ist halt alles kein Fisch, kein Fleisch und die Kommunikation von Aiwanger trägt selber ihren Anteil meiner Ansicht nach dazu bei, dass diese Sache auch so medial aufgebauscht wurde, dass hier so viele offene Fragen sind und so viele offene Fragezeichen und das wäre schon mal so mein Einstand, mein Resümee von dem, was wir bisher so mitbekommen haben. Wie hast du denn die ganze Angelegenheit begutachtet und aufgenommen, lieber Michael? Ja, ich dachte erst mal, ach du Scheiße, was soll das wohl für ein Flugplan sein? Nein, es wird doch bestimmt nicht so heftig sein, ein Typ von den Freien Wählern, das wird jetzt nichts Krasses sein oder so, wird vielleicht irgendwie mal, keine Ahnung, der Jude oder so, wie es halt in katholischen Ländern manchmal so ist, wo dann halt die größten Antisemiten damals dorthin kamen, aus den katholischen Ländern halt, einfach aus religiöser Perspektive wahrscheinlich, wird wahrscheinlich der Jude dann auch mal wieder als Zielobjekt genommen, von einem 16-Jährigen oder wie alt er da war. Und da habe ich mir mal das Flugblatt angeguckt, ich werde es mal jetzt mal kurz vorlesen, ja, das spiegelt nicht meine Meinung wider, das Disclaimer, ja, also das ist jetzt das Flugblatt. Kurz mal zu erklären, viele haben ja halt gehört, da war ein antisemitisches Flugblatt. Ich selber habe es bis eben, bis der Michael das für mich rausgesucht hat, auch nicht gekannt, aber war natürlich interessiert, um mal wirklich zu hören, was ist denn jetzt der antisemitische Gehalt? Das ist ja ein Wide Range, wie eben schon von Michael gesagt, hätte das ein religiös verbrämter Antisemitismus sein können. Es kann klassischer Antisemitismus sein, wie er von den Nazis propagiert wurde, es können Vernichtungsfantasien sein, wie sie provokativ von Teilen der Neonazi-Szene dann auch in Liedtexten und Propaganda dann geäußert wird. Da war ich dann auch schon mal interessiert daran zu hören, was da überhaupt zu Papier gebracht wurde, worum es überhaupt geht. Und da muss ich mich auch schon mal vorab anschließen. Das ist nicht nur eine Jugendsünde, das ist nicht einfach, dass einer sich mal hingestellt hat und rief auf dem Pausenhof ein Schüler, mit dem er nicht leiden kann, als Schimpfwort hinterher, du Jude, du Jude, wie es heute in einigen Schulen leider an der Tagesordnung ist und wo noch einige Nachholbedarf besteht, im Einsatz gegen Antisemitismus, sondern das ist schon ein anderes Kaliber und es ist auch schon gerechtfertigt, sich darüber Gedanken zu machen, wer ist dafür verantwortlich, was ist da passiert. Aber deswegen, falls ihr euch wundert, warum wir hier jetzt dieses Flugblatt da mal lesen, weil halt die meisten tatsächlich gar nicht wissen, worüber wir jetzt eigentlich hier reden und was in diesem Flugblatt denn so drin stand. Das finde ich schon für notwendig, so als Grundlage des heutigen Gespräches, da mal auch dann deutlich zu machen, darum geht es jetzt eigentlich. Also danke auch, dass du es rausgesucht hast, Michael. Ja, man muss auch dazu sagen, also zu der Form, man kann es im Internet halt auch finden, wenn man ein bisschen googelt, das ist gar nicht schwer, aber für Leute, die es halt nicht machen wollen, nicht machen können oder irgendwie den Podcast oder das Video halt so gucken, es ist mit Schreibmaschine geschrieben, also es steckt schon ein gewisser Aufwand dahinter. Ich habe selber noch eine Schreibmaschine gehabt vor ein paar Jahren, wo ich meine Bewerbung noch auf Schreibmaschine getippert habe, wo ich das lernen musste in der Grundschule. Also ich weiß halt, dass es extrem aufwendig ist und wenn du noch keine Schreibmaschine hast, die eine Delete-Funktion hat und so, dann musst du halt das alles wieder neu schreiben und wahrscheinlich auch noch nicht kopiert, sondern damals vielleicht auch wirklich handschriftlich, nicht handschriftlich, sondern auf Schreibmaschine mehrere dieser Flugblätter verfasst. Also es ist schon ein gewisser Aufwand dahinter. War nicht einfach so mal Copy-Paste, jedenfalls Bundeswettbewerb. Wer ist der größte Vaterlandsverräter? Teilnahmeberechtigt? Jeder, der Deutscher ist und sich auf deutschem Boden aufhält. Terminschluss? 1.1.88 Bewerber? Melden sich im Konzentrationslacher Dachau zu einem Vorstellungsgespräch. Preisverteilung? Die Beleger der Plätze 1 bis 1000 dieses Wettbewerbes werden noch im Laufe des Januars abgeholt. Und nun die zu gewinnenden Preise im Einzelnen. Erster Preis? Ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Zweiter Preis? Ein lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab. Ort nach Belieben. In Klammern. Dritten Preis? Ein kostenloser Genickschuss. Vierter Preis? Einjähriger Aufenthalt in Dachau. Freie Kosten und Logis. Fünfter Preis? Eine kostenlose Kopfamputation durch Fallbei. Sechster Preis? Eine Fahrkarte in die ewigen Jagdgründe. In Klammern. Erfüllungsort ebenfalls das Vergnügungsviertel Auschwitz und Nebenlager. Siebter bis tausendster Preis? Eine Nacht Aufenthalt im Gestapo-Keller. Dann ab nach Dachau. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme und wünschen viel Vergnügen den Gewinnern der Plätze 1 bis 1000. Also das ist nicht nur eine Jugendsünde. Also das war maximal Provokation. Ist schon übel. Ist schon antisemitisch. Also der wollte auf jeden Fall damit was ausdrücken und die meisten Leute damit abfacken. Und der hat halt auch einen gewissen Aufwand betrieben und die Art und Weise, erst ich war es nicht, was ist das, Blödsinn, mein Bruder war es, hallo. Und jetzt hat er sich auf einer Rede irgendwie geäußert, dass ihm das alles leidtut und dass jeder mal Fehler macht. Also wäre das in der anderen Reihenfolge gewesen. Ja, also es tut mir leid, jeder macht mal Fehler. Das war maximale Provokation damals. Ich bin heute kein Antisemit, vielleicht war ich es damals so dumm, wie ich war oder so. Ja, kann man ja alles so sagen. Und dann vielleicht sagen, ja, auch wenn es mein Bruder war, es ist unsere Familie, es ist scheißegal, wer es war. Dieses Drecksblatt, das kotzt mich an, dass ich es geschrieben habe. Also wirklich, ne, ehrlich mal mit der Sache umgehen, aber dieses, ja, mal so war der Bruder, ach nee, doch nicht, was soll das? Naja, er hat ja erst noch versucht, es so darzustellen, als wenn er die eingesammelt hätte, um zu verhindern, dass sie im Umlauf kommen. Stimmt, das war ja auch noch. Dann war es sein Bruder, also er hat hier ganz klar von Anfang an nicht klar Farbe bekannt. Ja, er hätte sich hinstellen müssen, er hätte offen und ehrlich sein können, hätte auch sagen können, ich weiß da überhaupt gar nichts mehr von. 35 Jahre später, hätte man ihm dann zugutehalten müssen, von wegen, okay, dann muss er aber eine ziemlich schlimme Form von Demenz haben, weil sowas vergisst man eigentlich nicht, solche Inhalte und solche Verhaltensweisen. Und er hat am Anfang halt versucht, so Salami-Taktik, das alles dann so ein bisschen, ich habe die eingesammelt, um Schlimmeres zu verhindern. Und dann kamen ja immer dann mehr und mehr und mehr Vorwürfe. Und ich glaube tatsächlich, das ist meine Interpretation, beweisen kann ich sie nicht, aber meine Interpretation ist, dass er damals weniger als überzeugter Antisemit oder Neonazi, sondern tatsächlich als massiver Provokateur auftreten wollte. Weil in der Szene selber, muss man überlegen, vor 35 Jahren, das war dann 1988, war die Neonazi-Szene schon sehr rabiat, aber das war gerade auch die Hochphase der Holocaust-Leugnung, in der eben versucht wurde, diese Verbrechen, diese Menschheitsverbrechen wegzuleugnen und es so darzustellen, als wenn das alles eine gemeine Erfindung wäre und ein schlimmes Komplott, um Deutschland im Misskredit zu bringen. Da gab es ja noch dann viele der Erlebnis-Generationen, die dann auch sich hinsetzten und sagten, ja, das kann gar nicht gewesen sein, da haben wir nichts von gewusst und nee, nee, das ist alles ganz anders gewesen. Da hätte sich damals auch ein überzeugter Neonazi nicht unbedingt hingesetzt und mit so einem Flugblatt, wo er dann ja sich in zynischster, menschenverachtender Art und Weise über die Verbrechen und Gräueltaten des Dritten Reiches lustig macht, zu exponieren versucht. Es hört sich für mich tatsächlich so an, auch bei dem, was man sonst gehört hat, dass eben dann der Aiwanger und nicht sein Bruder dann gerne auch mal da einen Hitlergruß gemacht hat oder einen Judenwitz, dass wir hier einen Jugendlichen haben, der halt massivst provozieren und auffallen wollte. Ja, das ist so meine Theorie, die ich da habe. Da war er halt jung, da war er 17 Jahre alt, ja, und da hätte er dann auch ganz offen sagen können, ja, das war für mich eine schwere Zeit, ja, das war für mich eine Zeit der Selbstfindung, das war vielleicht eine Zeit, wo ich auch ganz einfach einen an der Waffel hatte oder zu dicke Kojones oder nicht wusste, was mit mir klar war, Liebeskummer gehabt. Alles keine Entschuldigung, aber eine Erklärung, dass man dann so aus der Rolle fallen wollte, dass man dann wirklich so brachial dann auch gegen jede Sitte und gegen jeden Anstand verstoßen wollte. Das wäre ehrlich gewesen. Und da hätte man sagen können, gut, okay, wenn wir uns jetzt die 35 Jahre danach anschauen, ist der Aiwanger eben nicht dafür bekannt, dass er jetzt noch einmal durch Antisemitismus auffällig geworden wäre oder durch Anleihen ans Dritte Reich. Der hat keine Reden gehalten wie Björn Höcke oder keine Aussagen getätigt wie Höcke von wegen, naja, das Problem in Deutschland ist ja, dass Hitler nur negativ gesehen wird oder wir brauchen eine erinnerungspolitische 180-Grad-Wende. Das kennen wir alles nicht von ihm. Und er hat ja heute auch dann sehr deutlich im Zuge dieses Vorfalls auch Farbe bekannt, in dem er sagte, ich bin kein Antisemit, ich bin kein Menschenfeind und das sind für sich Aussagen, für die wir dankbar sein können, die dann aber natürlich geschmälert werden, wenn er dann immer noch so ein Mimikriechspielchen macht, anstatt wirklich dann auch für Aufklärung zu sorgen, offen zu sein und deutlich zu artikulieren, hey, war damals nicht mein Bruder oder waren wir vielleicht beide. Das ging uns vor, das haben wir gemacht, das tut uns leid, dafür entschuldigen wir uns, dafür übernehmen wir die Verantwortung und darüber setzen wir uns jetzt auseinander. Er hat ja direkt diese Opferrolle eingenommen, er sprach ja direkt dann von Kampagnen und Unverschämtheiten und Hexenjagden und da kommt halt der Populist raus, der er ist. Also er ist deswegen sicherlich auch ganz besonders hier im Fokus für diese Aussagen, weil er sich in Bayern einen Namen als sehr rabiater und auch sehr politisch unkorrekter Rhetoriker gemacht hat. Er fällt halt immer auf, er fällt natürlich viele Sachen auf. Zum Beispiel hat er 2021 oder so, hat er bei irgendeiner Wahl, hat er schon vorher die Prognosen veröffentlicht und da hat man ihm dann vorgeworfen, die Wahl manipulieren zu wollen. Also vor 18 Uhr irgendwelche Ergebnisse schon irgendwo durchposaunt, keine Ahnung, oder irgendwelche Zahlen veröffentlicht, was halt als Wählerbeeinflussung halt gesehen werden kann. Das waren halt so Sachen, oder er hat bei einer CDU-Abgeordneten, die hat ein Bild gepostet, wie sie in Italien am Strand langläuft und er hat darunter geschrieben, hm, du siehst aus, als wärst du illegal übers Mittelmeer gekommen oder so. Also er provoziert schon halt schon gerne und sonnt sich auch in dem Erfolg, weil er hat ja auch diese umstrittene Aiwanger-Rede, wo halt auch AfDler und so weiter dabei waren, hat er ja auch gesagt, naja, das Problem ist nicht, was ich gesagt habe, sondern dass mir einfach so viele Leute zugejubelt haben. Also er ist schon sehr auf sich fixiert, er ist halt sehr egozentrisch, egomanisch und sieht halt nicht das Problem in dem, was er sagt, sondern er fühlt sich durch seine Bubble halt auch immer wieder bestätigt. Die sind da in seinem Bierzelt dann auch, rufen dann Hupsi, Hupsi, also feiern ihn so ein bisschen wie den Trump und so. Und deswegen hat der, der hat auch keinerlei Selbstreflexion. Er hätte in die Sache ganz anders rangehen können, nicht Salami-Taktik, sondern gleich sagen, du, das ist 35 Jahre, das war super scheiße, klar kann ich mal an dieses Ding zu erinnern, weil er kann mir nicht erzählen, dass er sich an so ein Flugblatt nicht erinnert. Also ich kenne noch, obwohl ich kein, also ich war glaube ich mit 16 oder so in den Anfangsjahren Hitlerist, aber das war halt wirklich, um edgy zu sein und hat mir dann überhaupt nicht gefallen. Aber ich habe halt auch die Musik gehört, weil ich die von einem Kumpel halt bekommen habe und da kann ich noch die Texte von so richtig asozialen Bands wie Weißer Arischer Widerstand, wo der Holocaust geleugnet wird und die habe ich immer noch irgendwie im Kopf, wo dann halt gesagt wird und die Moral von der Geschichte, die Auschwitz, die Geschehnisse in Auschwitz gab es leider nicht und er hätte sie doch gegeben, Sikai, ich wäre darauf stolz gewesen, das waren halt so die Texte und er kann mir nicht erzählen, dass er sich nicht mehr an so einen Text erinnert. Also wenn ich das nach meinen ganzen Jahren noch weiß, was in solchen Liedern halt verbreitet worden ist, dann wird er, der mit seinem Bruder oder die Dinger verteilt hat oder er auf der Schreibmaschine tippend, dieses Pamphlet, das wird er 100% noch kennen, das wird er 100% noch wissen, das vergisst man nicht. Vor allem, wenn es eingebettet ist in einer Reihe von Vorfällen, die mitunter eidesstaatlich bezeugt wurden, dass gesagt wird, der hat da eben verbotene Parolen von sich gegeben, der hat Witze gemacht, der hat Symboliken in seine Hefte gemalt und so weiter und so fort. Das ist eben dann von Leuten, die dafür auch dann ja sich haftbar machen und das eidesstaatlich versichern, nicht einfach nur irgendeine Gerüchteküche, die da aufgekocht ist, sondern man kann schon davon ausgehen, dass wenn da 20 Leute was erzählen und wenn nur 5 davon recht haben, da schon was von dran ist und dass man sich da auch dran erinnert. Also der Mann ist jetzt auch keine 85 mehr, dass er sagen kann, so was weiß ich, was ich da als 17-Jähriger gemacht habe. Also sowas vergisst man nicht. Er hat dann Abitur 1990 gemacht. Also so haben die Leute auch so gedacht, so wow, der ist noch gar nicht so alt. Nee, jedenfalls sind jetzt noch neue Sachen aufgetaucht. Also ein paar Sachen, wo ich auch sage, okay, ja, also ein paar Schüler behaupten halt noch, dass er das Horst Wessel-Lied gesungen hat, dass er meinen Kampf in der Schule dabei hatte, dass angeblich die Hakenkreuz-Schmierereien in der Schule auf ihn zurückgehen und so. Ist halt schwierig, aber vor einem Tag oder so hat T-Online das veröffentlicht, ob ich es hier gerade habe. Das habe ich jetzt als erste Quelle. Ja, vielleicht gibt es da noch mehr Quellen oder so, aber da hat eine ehemalige Lehrerin ausgesagt, er soll sie mit Säure bespritzt haben. Sie ging davon aus, dass es nur Wasser ist und später waren halt sogar Löcher auf der Kleidung und sie hat sogar, also es soll wohl auch einen Verweis dafür gegeben haben für den Aiwanger und sie hat dann auch wohl Schadensersatz von der Familie bekommen für das kaputte Kleid, Kleidungsstück, was auch immer. Also wenn eine ehemalige Lehrerin von ihm halt sowas sagt, dass er da so drauf war, also die wird sich dann auch rückversichern, dass diese Geschichte halt stimmt und das sind halt, reiht sich halt alles so ein in diese Vergangenheit, anstatt da einfach schon von vornherein sagt, okay, ich war früher total komplett daneben, ich war hart drauf, habe es aber jetzt all die Jahre nicht gemacht, was man ja belegen kann, dass er ja nicht in diesem antisemitischen Duktus unterwegs war. Er geht zwar in diese populistische rechte Ecke, aber an sich ist das natürlich ein himmelweiter Unterschied zu dem Flugblatt, hat er aber alles nicht gemacht, er feiert sich halt dafür und hat überhaupt kein Unrechtsbewusstsein und er muss doch wissen, wenn er früher so drauf war und Mitschüler hat, die das gesehen haben, die er mitbekommen haben, wie er als Rechtsextremer oder was auch immer dann auf der Schule umgegangen ist, wenn er eine Lehrerin angespritzt hat mit irgendeiner säurehaltigen Flüssigkeit, wenn das alles stimmt, dass das irgendwann auf ihn zurückfällt. Also das sind halt einfach so Sachen, die vergisst man halt einfach auch nicht. Es zeichnet ja das Bild, dass es hier mit einem Querkopf zu tun hat, mit einem problematischen Schüler, der sich da Rechte rausgenommen hat, der provozieren wollte, der hart gegen die Autoritäten angegangen ist, der sogar dann vor, wenn es zutreffend sein sollte, vor hochgefährlichen Aktivitäten, wie ich bespritzenlehrer mit Säure, nicht zurückgeschreckt hat. Aber er ist halt generell ein Querkopf, das muss man sagen. Und deswegen mitunter auch vielen ein Dorn im Auge. Also für mich wirkt er schon von seinem Auftreten her sehr unsympathisch. Also das ist tatsächlich so einer, wo ich auch glaube, der kann auch nur in Bayern Erfolge haben. Aber wo bei dieser Rede dann auch zum Beispiel davon gesprochen hat, du hast sie eben schon erwähnt, wo auch AfDler und andere anwesend waren, wir holen uns die Demokratie zurück, ist ein starker Spruch, kann man sagen. Dann gut, ist vielleicht Wahlkampfgetöse, aber mit solchen Aussagen, die von ihm häufig kommen und fortlaufend kommen, bespaßt er eine Bubble, die die Demokratie delegitimieren, indem sie nämlich dann dieses Bild aufgreifen und sagen, naja, was wir uns zurückholen müssen, das wurde uns vorher genommen. Von wem denn? Von den Eliten, von den Medien, von den Politikern. Das heißt, wir haben keine Demokratie in Deutschland. Endlich mal einer, der es ausspricht. Das ist schon ein Stück weit auch Zündeln, finde ich. Und bei aller Toleranz, auch für deutlich und markige Worte, segelt er da schon mit unter in einem gefährlichen Rand. Und wir wurden auch gefragt unter unserem Video zum Thema, was für Konkurrenz könnte es zur AfD geben, was ist da sonst noch rechts irgendwie zu finden. Da haben wir auch die Freien Wähler reingenommen. Da gab es dann von Sympathisanten sofort dann die Kritik, ja, wir sind eine Partei der Mitte, wir sind liberal-konservativ. Wo ich sage, ja, im Großen und Ganzen stimmt das. Die Freien Wähler sind als bundesweite Organisation einmalig, kann man auch sagen, in der Parteiengeschichte. Eine sehr heterogene Partei auch, weil da so viele regionale Grüppchen sich zusammengefunden haben, die aus den unterschiedlichsten Richtungen, den unterschiedlichsten Parteien kommen. Aber er ist halt der starke Mann. Er ist halt der Einzige, der auch in der Länderpolitik ein derartiges Amt erklimmen konnte. Eine Koalition mit der CSU, stellvertretender Ministerpräsident. Er prägt das Bild der Freien Wähler und das macht er halt schon sehr populistisch. Und da finden sich auch sehr harte Thesen. Ja, also ein absolutes Law-and-Order-Format zum Beispiel. Die Forderung nach einer massiven Verschärfung des Asylrechts. Also das ist dann schon sehr stark konservativ und damit auch vollkommen zu Recht auf der rechten Seite des politischen Spektrums auch anzusiedeln, meiner Ansicht nach. Natürlich nicht dort, wo die AfD steht. Aber mit der Rhetorik, die ist ja mitunter austauschbar, die er da eben verwendet. Gerade wenn er dann Demokratie delegitimierend auftritt mit wir holen die Demokratie zurück und ähnliche Sprüche und auch so geschmacklose Witze. Naja, die sieht jetzt aus, als wenn sie gerade über das Mittelmeer gekommen wäre. Oder das ist Dog Whistling, das halt bei einem bestimmten Klientel ankommt und bei anderen Leuten natürlich dann sofort die Hutschnur hochgehen lässt, die dann sagen, so mein Gott, was ist das für ein Typ? Geht ja gar nicht. Und da darf man sich natürlich auch nicht wundern, dass die nur auf sowas warten, um dann sofort zu sagen, aha, guck mal, so wie der Typ sonst unterwegs ist, wundert mich das jetzt kein Stück. Sowas kommt von sowas, sowas steht vielleicht dahinter. Und da hätte er nicht nur für sich selber, sondern auch für seine Partei und die Leute, die tatsächlich ihm folgen, weil sie eine Partei der Mitte sein wollen, weil sie konservativ, liberal-konservativ sein wollen, dann auch den Arsch in der Hose haben müssen, nicht hier Salamitaktik und Opfergehabe zu fahren, sondern auch ganz offen zu sagen, hey, da hab ich Scheiße gebaut, das ist 35 Jahre her, bitte richtet mich heute danach, was ich jetzt sage. Das liegt lange hinter mir, aber was hat er gemacht? Ja, war eine Jugendsünde, war überspitzt, war mein Bruder, ich hab da gar nichts mit zu tun, und jetzt fahren die alle eine Kampagne. Och, wie furchtbar. Und da spielt leider auch Markus Söder, ob bewusst oder unbewusst, eine Rolle mit, weil das finde ich auch sehr, sehr schlimm vom Kommunikationstechnischen her und auch von der Vertrauensbildung der Regierung her und der Politiker an sich, der Bevölkerung gegenüber, dass die 25 Fragen, die er ihm gestellt hat und die nun beantwortet worden sind, ja alles so ein privater Schriftverkehr ist. Da ist nichts von öffentlich gemacht worden. Wir wissen weder, was für Fragen gestellt worden sind, noch wissen wir, was Aiwanger darauf geantwortet hat, noch wissen wir, wie Söder genau darauf reagiert, ob er noch irgendwo nachgreift, ob er sagt, okay, die Antwort reicht mir. Hier hätte man von Anfang an absolut transparent mit umgehen müssen, weil das Kind ist in den Brunnen gefallen, das ist medial groß ausgeschlachtet worden, da hätte man sofort deutlich werden müssen. Axel, ich habe gerade mal noch gegoogelt, die Fragen sind veröffentlicht worden. Aber die antworten nicht, ne? Doch, doch auch. Auch, mit, aber das muss das... Stand dritter, neunter, wie Aiwanger die 25 Fragen beantwortete, Quelle-Tagesschau.de, kann ich den Link zukommen lassen, Fragen an Staatsminister Aiwanger, ich gehe mal durch, wieso waren die Flugbilder in ihrer Schultasche, was wollten sie damit? Dann hat er geantwortet, mir ist dieser Vorgang im Detail nicht Erinnerung, laut Aussagen meines Brüders glaubt er, dass ich die Flugbilder eingesammelt habe, um zu deeskalieren. Also das behauptet Aiwanger, also er hätte sie von seinem Bruder eingesammelt, um zu deeskalieren. Haben sie das Flugbild weiter verbreitet? Zweite Frage, siehe Antwort zu Frage 1. Warum ist der Verdacht damals auf sie gefallen? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Wie und weshalb und von wem wurde ihre Schultasche durchsucht? Meiner Erinnerung nach wurde die Schultasche im Sekretariat unter Anwesenheit von Schulpersonal geöffnet. Das oder die Flugblätter wurden einbehalten. An Details kann ich mich nach 36 Jahren nicht mehr erinnern. Wie viele Flugblatte waren es, die in der Schultasche gefunden worden sind? Eines oder wenige. Zum Flugblatt selbst. Auf welcher Schreibmaschine wurde das Flugblatt geschrieben? Das ist mir nicht bekannt. Wahrscheinlich auf der Schreibmaschine des Elternhauses. Wer hat das Flugblatt erstellt? Wo und an wen sollte es verteilt werden? Das Flugblatt wurde laut seiner eigenen Aussage durch meinen Bruder aufgrund seiner problematischen schulischen Situation und seines Ärgers mit Lehrern erstellt, um diese zu provozieren. Wo und an wen es verteilt wurde oder werden sollte, ist mir nicht bekannt. Wie viele Exemplare des Flugblatts wurden erstellt? Die Flugblätter wurden nicht von mir erstellt. Ich kenne die Anzahl der Exemplare nicht. Wann und wie wurden die? Und so weiter. Kann er sich nicht mehr daran erinnern? Waren sie überrascht? Ich war erschrocken. Wie haben sie es damals bewertet? Haben sie das Flugblatt gemeinsam mit ihrem Bruder erstellt? Ich war an der Erstellung des Flugblatts nicht beteiligt. Die weiteren Fragen kann ich nicht beantworten. Wieso thematisiert das Flugblatt Auschwitz-Dachau, wenn ihr Bruder verärgert über die Schulleitung war? Ich habe das Flugblatt nicht erstellt und nicht daran mitgewirkt. Daher kann ich die Fragen nicht beantworten. Und so weiter. Also er schützt halt auch seinen Bruder, was ja auch irgendwie klar ist. Aber es wirkt jetzt so ein bisschen so, ich kann dazu gar nichts sagen. Ich habe damit nichts zu tun. Mein Name ist Hase. Ich weiß von nichts. Aber ganz ehrlich, ist ja schon peinlich, dass hier so 25 Fragen dann von Markus Söder gestellt werden müssen. Das hätte er alles von Anfang an in aller Deutlichkeit so sagen können. Aber ist schon mal gut, dass das jetzt veröffentlicht wird. Da bin ich sehr dankbar für. Da war meine Kritik dann zu voreilig. Das war der letzte Stand der Dinge, den ich hatte, dass da eben dann auch Parteien sich beschwert haben und sagten, hier, das darf kein privater Schriftwechsel zwischen Söder und Aiwanger bleiben. Das geht uns alle an. Da hat man anscheinend dann doch sehr zeitnah reagiert und dann sehr schnell auch dann für Transparenz gesorgt. Also besser spät als nie, muss man dazu sagen. Ich werde mal noch ein paar Sachen vorlesen, weil ein paar sind doch sehr interessant. Wurden nur sie selbst zum Direktor eingestellt? Und warum? Und wurde der Disziplinarausschuss der Schule mit der Angelegenheit befasst? Mir ist nicht in Erinnerung, ob noch weitere Personen zum Direktor einbestellt wurden. An eine mögliche Sitzung des Disziplinar-Ausschusses kann ich mich nicht erinnern. Und jetzt? Wieso haben Sie gegenüber der Schulleitung die Verantwortung für das Flugblatt übernommen? Ich weiß nicht, ob und was ich an Verantwortung für das Flugblatt übernommen habe. Nach dem Auffinden des Flugblattes in der Schultasche wurde mir mit der Polizei gedroht. Als Ausweg wurde mir angeboten, ein Referat zu halten. Darauf ging ich unter Druck ein. Damit war die Sache wohl für die Schule erledigt. Komisch, ne? Also angeblich weiß die Schulleitung, dass er es damals zugegeben hat und er sagt, weiß ich nicht mehr, was ich zugegeben habe. Also wenn mir mit der Polizei gedroht wird, also ich schon weiß, da bin ich dann als Sohn einer gutbürgerlichen Familie, da wird ein Flugblatt gefunden und dann sagen die mir, du kannst jetzt ein Referat halten oder wir rufen die Polizei und dann kann ich mich an nichts mehr erinnern. Hat schon Geschmäckle, würde ich sagen, oder? Er meinte, haben Sie das, die nächste Frage auch, haben Sie das Ihnen als Sanktion auferlegte Referat gehalten? Nach meiner Erinnerung wahrscheinlich ja. Also er kann sich an wirklich nichts erinnern, was diesen Vorfall, also dieses Flugblatt, das ist halt so super krass, so läuft es halt mit so einem Flugblatt rum. Also es ist auch für jeden Jugendlichen, der halt mal Aufkleber verklebt hat oder wie auch immer, ist das immer, vor allem wenn man das erste Mal macht oder wenn man halt auch Flyer verteilt, auch in der Nacht oder sonst wo, für eine politische Gruppe oder Partei, ist das immer eine gewisse Aufregung. Wird man erwischt? Was ist, wenn Fragen kommen? Ja, wenn einem die Polizei anhält, wenn man einen Aufkleber klebt und bei dem wird dieses Flugblatt da gefunden, was er in der Tasche hat, selbst wenn er es nur von seinem Bruder einkassiert hat und er kann sich halt an gar nichts mehr erinnern. Also es müssten noch mal Details sein, so nach dem Motto, ey, ich war da so lost an meinem Bruder, was denkt der sich? Also ohne jetzt Whataboutism betreiben zu wollen, aber im Grunde genommen versucht Aiwanger jetzt hier den Scholz zu machen. Also da müssen wir uns ja auch mal vergegenwärtigen, unser derzeitiger Bundeskanzler ist verwickelt gewesen in den größten Steuerraub in der deutschen Geschichte, bei dem rund 10 Milliarden Euro abgeschöpft wurden und hat im Grunde genommen ja auch nicht viel mehr gesagt als jetzt Aiwanger, weiß ich nicht mehr, habe ich Erinnerungslücken, kann ich nichts zu sagen und hat damit ja massiv das Vertrauen in sein Amt und in ihn als Politiker untergraben und das hört sich jetzt so ein bisschen so an, als wenn der Aiwanger das dann auch so versucht durchzuziehen, ich weiß nicht mehr, das war so, ja, ich mache jetzt mal den Scholz und ja, weißt du, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Bei Scholz ist das auch so krass, da musst du dir mal vorstellen, du bist halt als Mensch in so einen Skandal verwickelt, wo hunderte Milliarden Steuergelder oder mehrere Milliarden Steuergelder hinterzogen worden sind und es gibt halt so merkwürdige Gespräche, E-Mails oder Kontakte und du sagst einfach, ich sehe ich nicht mehr. Also da musst du irgendwie sagen, ja natürlich ist mir das bewusst, dass ich in so einer großen Sache drinne bin, aber ich kann mich bei Westmiller nicht erinnern, da ist man doch menschlich, man steht doch unter Druck, aber einfach nur, ich meine mal gut, es sind Politiker, Berufspolitiker. Ich, ganz, ganz ehrlich, es wird ja jetzt gerne aus dieser Wutbürger-Bubble und auch bei den Aiwanger-Freunden genutzt, ja, dass wir diesen Vergleich bringen, typisch Wörderbautism, was ist denn mit Scholz, was geht ihr dem nicht auf die Nüsse, das drehe ich dann mal gerne um und würde sagen, ja, ich finde es jetzt richtig, dass dem Aiwanger auf die Nüsse gegangen wird und dass hier nachgegraben wird und nachgefasst wird. Dasselbe hätte ich mir aber auch beim Scholz gewünscht und nur weil es dort nicht in der meiner Meinung nach notwendigen Intensität und Hartnäckigkeit getan wurde, heißt es nicht, dass das hier nicht auch passieren soll, denn wenn wir Vertrauen haben sollen in die gewählten Instanzen, in die Politiker, in das politische System, auch in die Medien, dann gehört es dazu, dass hier jeder Stein umgedreht wird und das finde ich hier halt auch ganz wichtig beim Aiwanger, da kann man nicht einfach sagen, ach komm, 35 Jahre her, er hat die Chance gehabt, sich dazu zu äußern, ja, er hätte klar Schiff machen können und sich dann einfach hinzustellen und zu sagen, ich weiß von gar nichts mehr, ich weiß, dass mein Bruder ist, aber genau weiß ich es nicht und da sollte die Polizei gerufen worden, aber das wirkt genauso billig und ist halt auch dann dem Vertrauen der Wähler abträglich genauso, wie das meiner Meinung nach unmögliche Verhalten von Bundeskanzler Scholz in der Cum-Ex-Angelegenheit. Ja, Frage 18, haben Sie Ihren Bruder mit dem Flugblatt konfrontiert? Haben Sie ihm klargemacht, weshalb ein derartiger Inhalt absolut indiskutabel ist und hat Ihr Bruder an sich gezeigt? Mein Bruder und ich standen unter Schock. Also, als wären Sie quasi die Opfer gewesen, weißt du, wenn ich als jüdischer Schüler oder so, so ein Pamphlet da sehe oder einfach nur in dem Ort bin, wo so ein Pamphlet... Aber das weiß er jetzt noch, also er weiß weder, wer da was genau gemacht hat noch was genau vorgefallen ist, aber er kann sich daran erinnern, dass er und sein Bruder unter Schock standen. Das weiß er. Die Vorstellung eines Polizeibesuchs im Elternhaus hat mir Angst gemacht. Mein Bruder war selbst im Nachhinein über den abscheulichen Inhalt beschämt und hat die Sache sehr bereut. Warum hat sich Ihr Bruder damals nicht zu dem Flugblatt bekannt, sondern erst jetzt? Mein Bruder war aufgrund seiner schulischen Probleme damals ohnehin in einer schwierigen Situation und hatte Angst vor dramatischen Folgen. Ach, er hat das sogar schön formatiert. Er hat sich richtig müde gemacht. Es ist ja eine schöne Geschichte dann aber auch für den Aiwanger. Er hat sich dann vor seinen Bruder gestellt, damit er nicht noch mehr Ärger bekommt und hat dann das auf sich genommen, weiß aber gar nicht mehr genau was und weiß auch nicht genau, was er da gesagt hat, aber unter Schock, weil Polizei im Elternhaus, furchtbar. Also ich weiß nicht, wenn so ein Vorgang stattfindet, der auch einen nachhaltigen Eindruck auf mich macht, weil ich Angst habe, weil ich weiß, oh mein Gott, Polizei im Haus und Eltern und Referat und ich rette meinen Bruder jetzt den Hintern, weil der ansonsten vielleicht von der Schule fliegt. Das weiß man doch 35 Jahre später aber noch, das vergisst du doch nicht. Gerade als Politiker in der heutigen Zeit, dem ja sowieso schon immer Nähe zu rechten Gruppen und rechter Rhetorik vorgeworfen wird. Und wenn man sowas Ding hat, dann kommt doch auch eigentlich ein Backflash. Man weiß doch einfach, fuck, was haben wir damals gemacht? Ey, dieses fucking Flugblatt, was das für eine Geschichte war auf der Schule. Als wenn man das alle paar Nase lang so ein Flugblatt schreibt. Auf der einen Seite halt wieder sich ins Zentrum stellen, was war ich geschockt und mein Gott, was wurde da mit uns gemacht? Auf der anderen Seite aber dann gleichzeitig totale Bagatellisierung. Ja, auch kann ich mich daran erinnern, war ja nicht so schlimm und Jugendsünde und Thema durch, so nach dem Motto. Also es ist halt kein Fisch, kein Fleisch. So, zu der Geschichte, Frage 22, gab es in der Schule weitere Vorfälle, bei denen disziplinarisch gegen sie vorgegangen wurde, wenn ja, welche. Mir ist neben einem Vorfall im Kunstunterricht, wahrscheinlich das mit der Lehrer, mit der Kunstlehrerin, der mit irgendeiner Säure bespritzt haben soll, der mit der aktuellen Diskussion nichts zu tun hat, nichts in Erinnerung. Anmerkung, allgemein ist dafür Sorge zu tragen, dass der Schutzraum Schule nicht ausgehöhlt wird. Schülereltern und Lehrer müssen sich darauf verlassen können, dass schulische Interner nicht an die Öffentlichkeit getragen werden. Und da ist so ein kleiner Seitenhieb so an die Lehrerin, die sich jetzt nämlich geäußert hat, dass er sie mit Säure bespritzt haben soll. Wahrscheinlich das. Dass schulische Interner nicht an die Öffentlichkeit getragen werden. So, aber es ist ja damals auch nicht passiert. Er dreht ja jetzt die Geschichte um. Wir reden jetzt über einen Mann, der stellvertretender Ministerpräsident ist, der ein öffentliches Amt inne hat, eine Person der Öffentlichkeit ist. Der kann jetzt nicht mehr darauf pochen, auf den Schutz der Anonymisierung eines Schülers, der mal Mist gebaut hat. Natürlich ist das im Schulkontext eine Angelegenheit, in der erstmal dann Schüler, Lehrer und Eltern sich mit auseinanderzusetzen haben. Er ist ja auch dann bestraft worden. Das ist ja in der Schule dann anscheinend auch nicht wieder vorgekommen. Da hat ja das System so weit erstmal funktioniert. So weit, so gut. Aber dann, wenn ich dann ein öffentliches Amt inne habe, ja, und diese Sache dann auch von damaligen Zeugen und Mitschülern, nicht von der Schule selber breitgetreten wurde, kann ich mich doch nicht mehr dann so mit weinem Auge darauf berufen und sagen, das ist jetzt aber ganz, ganz schlimm, dass das hier breitgetreten wird. Das war doch eine Sache des Vertrauens zwischen Schülern und Lehrern. Weiß ich nicht. Wenn ich in die Öffentlichkeit gehe... Es war wichtig, dass das nochmal gesagt wird, dass Schulinternas, vor allem zu seiner Person, es geht ja nicht mal darum, was die Schule an sich betrifft, sondern sein Verhalten konkret mit der Gegenüber der Kunstlehrerin und diesen Flugblättern. So, warte noch. Eins noch. Also drei Fragen noch. 23. Welche Konsequenzen haben Sie damals aus der Angelegenheit für sich persönlich gezogen? Der Vorfall war ein einschneidendes Erlebnis für mich. Er hat wichtige gedankliche Prozesse angestoßen. Also wenn ich jetzt ein Flugblatt nur von meinem Bruder trage, um zu deeskalieren, aber denn hier einräume, dass es ein einschneidendes Erlebnis war und ich eigentlich gar keine Erinnerung habe. Ich weiß nicht mehr, ob ich den Vortrag gehalten habe. Also du konntest dich noch genau daran erinnern, dass du einen Vortrag gehalten hast und es so ungerecht fandest und das war halt deine Initialzündung, um in die Neonaziszene zu gehen. Und hier ist einer, der wird von so einem Flugblatt, was er angeblich nicht gemacht hat, wird dafür hops genommen, muss sich verantworten, wird mit Polizei gedroht, muss ein Referat halten, sein Bruder ist involviert und er kann sich an nichts erinnern, aber war ein einschneidendes Erlebnis. Okay. Nicht nur ein einschneidendes Erlebnis, was ihn traumatisierte oder was ihm bleibende Eindruck hinterlassen hat, sondern eins, was ihm auch dann zum Umdenken bewegte oder dazu bewegte, sich tiefgreifende Gedanken über eine Thematik zu machen. Also das ist ja dann eine Initialzündung. Also dann ist doch die Frage, also er weiß angeblich nicht mehr, was da drin stand, wer es geschrieben hat, warum er die Verantwortung übernommen hat, kann sich das irgendwie noch zusammenreimen, weiß aber noch ganz genau, dass das die Initialzündung war, dass er zum Bahnbrech in Erkenntnissen gelangt ist. Passt auch irgendwie nicht zusammen, oder? Ob er das Referat gehalten hat? Keine Ahnung, wahrscheinlich ja. Hat mich aber sehr geprägt. Also ich weiß von so vielen Sachen noch, naja, egal. 24. Wie positionieren Sie sich zu dem Vorwurf, dass Ihr weiteres Verhältnis beziehungsweise Auftreten zur Schulzeit eine Nähe zum nationalsozialistischen Gedankengut nahegelegt habe, weshalb der Verdacht auf Sie gefallen sei, laut Presseberichten angeblich in Imitation von Hitler und seinen Reden und dem Hitlerbärtchen, in Anführungszeichen, als Frage? Denn 25, weil die beiden werden gleich zeitgleich beantwortet, gab es weitere mögliche rechtsradikale Aktivitäten in der Vergangenheit. Die Fragen 24 und 25 werden gemeinsam beantwortet. Ich habe als Jugendlicher auch Fehler gemacht, die mir heute leidtun. Ich bereue, wenn ich durch mein Verhalten in der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Fehler aus der Jugendzeit dürfen einem Menschen allerdings nicht für alle Ewigkeit angelastet werden. Jedem Menschen muss auch einem Entwicklungs- und Reifeprozess zugestanden werden. Ja, das kann ich so unterschreiben, aber erst so, ich weiß von nichts, kann ich mich nicht daran erinnern, hat aber zum Umdenken geführt und ich habe Fehler gemacht. Ich kann mich an die Fehler zwar nicht erinnern und wenn ich Fehler gemacht habe, dann müsste man doch auch zugestehen, dass man sich nach 36 Jahren auch weiterentwickelt hat. Also wirklich sehr schwammig. Es ist eine schöne Aussage, der ich unter anderen Umständen so auch vorbehaltlos zustimmen würde, dass man sagt von wegen, okay, weil jemand mal gefehlt hat und weil jemand mal Scheiß gebaut hat, kann und darf man ihm das nicht ein ganzes Leben lang nachtragen. Ein elementarer Grundsatz unserer liberalen Demokratie und unseres Rechtsstaates ist ja das Anrecht auf Rehabilitation und Resozialisierung. Wir schreiben niemanden komplett ab, egal was der gemacht hat, solange er, und hier kommt nämlich der große Hasenfuß an der Angelegenheit, sich seiner Verantwortung stellt, Verantwortung übernimmt und dafür dann auch Buße tut. Und das sehe ich jetzt beim Aiwanger nicht so unbedingt, weil er hat sich hier nicht klar dazu bekannt. Er hat ja keine Verantwortung übernommen. Er hat ja alles von sich geschoben, das war alles sein Bruder und er wollte nur helfen. Und ist natürlich auch schon eine interessante Frage, warum denn ausgerechnet sein Ranzen durchsucht wurde, nachdem diese Flugblätter da in den Umlauf gekommen sind. Und wenn er dann helfen wollte, warum ist das dann sich nicht noch glaubwürdiger? Also nach dem Motto, das muss man doch wissen, wenn man fälschlicherweise verdächtigt worden ist, dieses Flugblatt hergestellt zu haben und der Bruder sagt, ja, du wolltest ja nur deeskalieren. Ja, das müsste man doch wissen. Also wenn ich so ein antisemitisches Flugblatt bei den Verwandten oder so was oder meinen Kindern oder so was irgendwann mal finden würde, dann würde ich halt darauf eingehen und sagen, das war ich nicht. Ja, beziehungsweise, wenn es gefunden wird, das war ich nicht, war total blöd, war ungerecht, dass ich dafür Verantwortung übernehmen müsste, aber ich übernehmen musste. Aber ich habe meinen Bruder erschützen wollen und ich habe mit ihm das aufgearbeitet. Er weiß halt von nichts, aber im Endeffekt weiß er doch irgendwie alles, was der Bruder ihm erzählt hat. Du wolltest ja nur deeskalieren. Also dann hätte er ganz anders Stunk da gemacht, hatte aber dann trotzdem Angst vor der Polizei, wenn ich nichts gemacht habe. Na gut, die Polizei kommt ins Elternhaus, aber wenn er nichts gemacht hat, dann kann er sagen, ja, hat mein Bruder gemacht, hat Probleme in der Schule gehabt, wir lösen das intern, familienintern, wir entschuldigen uns, aber nichts. Und jetzt auch wieder so, nicht zu sagen, ja, das Flugblatt stammt aus meiner Familie, es ist ein großes Ärgernis, es ist menschenverachtend, es ist ein Riesenproblem. Nein, es ist eine Schmutzkampagne. Wenn es doch stimmt und er sich nie damit auseinandergesetzt hat, was man ja sieht, er setzt sich ja damit nicht auseinander. Also es ist schon richtig, dass man da die Finger in die Wunde legt. Es ist natürlich nicht richtig, denn ein Generalverdacht zu sagen, für Leute so zu haben wie uns, was halt auch, was hast du, Sigmar Gabriel war das, der das letztens gesagt hat, mit diesen Aussteigerprogrammen. Genau, da würde ich gleich drauf kommen, dass in der jetzt tatsächlich dann auch eingesetzten Debatte ist das natürlich Wasser auf die Mühlen von vielen, die ganz dogmatisch sagen, von wegen, wer einmal so Verfehlungen sich hat zu Schulden kommen lassen, der ist für alle Zeiten verbrannt. Einmal Nazi, immer Nazi, einmal Antisemit, immer Antisemit. Da wird komplett tatsächlich das, was Aiwanger hier auch dann, wenn auch unter anderen Vorzeichen, versucht ja anzuführen, ins Gegenteil genommen, indem man sagt, nee, so Leuten kann man nie wieder trauen, so Leuten darf man keine Chance mehr geben, die haben sich selber außerhalb jeder Norm gestellt und da müssen sie für den Rest ihres Lebens auch bleiben. Und da war Sigmar Gabriel, also übrigens auch ein Politiker, den ich aus anderen Gründen sehr, sehr schätze, der hier Klartext gesprochen hat, der hat nämlich auf X, vormals Twitter folgende Kommentar abgelassen dazu und sagte da, warum sollen junge Neonazis aus der rechtsextremistischen Szene aussteigen, wenn sie am Beispiel Hubert Aiwanger erleben, dass man auch 35 Jahre später noch für den Wahnsinn der eigenen Jugend öffentlich gebranntmarkt wird. Dann können wir uns die ganzen Aussteigerprogramme sparen. Das ist auf der einen Seite verständlich, was er sagt, ja, ich gehe hier auch nicht immer komplett mit, weil Aiwanger hat ja selber seinen erheblichen Anteil dazu getragen, dass eben dann dieses Thema weiter und weiter und weiter geht, weil er eben nicht klar Farbe bekannt hat, weil da so viele Fragezeichen waren und so viele Lücken, die er auch nicht füllen wollte. Er behauptet zwar, er kann es nicht, aber das passt für mich einfach irgendwo nicht zusammen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen jetzt. Da trägt er halt auch eine Verantwortung mit. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, er hat sich halt in 35 Jahren nichts weiter in diese Richtung zu Schulden kommen lassen. Er ist ein bekannter Politiker, der sich mitunter im Ton vergreift, der für seinen Politikstil kritisiert wird und auch durchaus kritisiert werden kann. Aber er tritt heute nicht mehr als Antisemit, Hitler-Versteher oder grenzenloser Provokateur auf, der halt derartige verbrecherisch dumme und wahnsinnige Parolen von sich gibt, wie in diesem Flugblatt geäußert. Und da ist es natürlich dann schon auch Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremisten, die sagen, ach guck mal, du brauchst ja gar nicht versuchen, diesem System irgendwie wieder anzukommen. Die sind doch alle so linksgrün, woke, versifft, dass dir alles zum Vorwurf gemacht wird, auch 35 Jahre später. Du kannst dich so sehr anpassen, wie du willst. Du kannst so sehr dich auf die Hinterbeine stellen, auf die Brust schlagen und denen nachplappern, was die von dir hören wollen. Du wirst ja doch wieder zu Fall gebracht, wenn die es haben wollen. Das ist das Narrativ, was die Szene daraus zieht, was ja auch so nicht stimmt. Aber solche Vorfälle und auch der Umgang von einigen mit dieser Kausa Aiwanger tragen da natürlich ihr Schärflern dazu bei, dass dieses Narrativ gepusht werden kann, dass dieses Narrativ den Leuten mitgegeben wird. Und da hat Sigmar Gabriel schon wirklich based und real einen Punkt getroffen. Und da muss sich auch dann tatsächlich dann jeder mal an die eigene Nase fassen und fragen, geht es mir jetzt wirklich um Aufklärung? Geht es mir jetzt wirklich darum, valide Kritik an Aiwanger zu üben? Oder geht es darum, hier wieder ein Feindbild aufzuzeichnen und damit auch bestimmte Tendenzen und Parolen wieder hörbar zu machen, die eigentlich in einem liberalen Rechtsstaat, in einer liberalen Demokratie, nichts zu suchen haben? Weil jeder, jeder Mensch, egal wie er gefehlt hat, hat ein Recht auf Resozialisierung und Rehabilitation, wenn er daran mitwirkt. Aiwanger hat das meiner Ansicht nach hier nicht getan, weil er sich eben nicht dazu geäußert hat. Er hat sich einer Verantwortung nicht gestellt, wenn er überhaupt Verantwortung hat. Ich war ja nicht dabei, aber er hat halt zumindest auch vieles getan, um ein Geschmäckle entstehen zu lassen, um zu verschleiern, um nicht mitwirken zu wollen an einer umfassenden Aufklärung. Das ist sein Versagen. Aber es ist natürlich dann immer auch die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Und da sind bedenkliche Tendenzen meiner Ansicht nach auch wieder in die Köpfe zurückgekehrt, weil es gab dann Umfragen zum Beispiel. Also die Bevölkerung ist mittlerweile gespalten. 23 Prozent sagen, sie haben keine Meinung dazu, aber 38 Prozent auf der einen, 39 Prozent auf der anderen sagen zum Beispiel, ja gut, der Aiwanger müsste jetzt seinen Posten räumen. Ja, also auch da gibt es schon eine ziemliche Spaltung. Aber von den Befragten sagten dann 49 Prozent, also fast die Hälfte, dass jemand, der in seiner Jugend rechtsextremistische Verfehlungen sein Eigen nannte, kein öffentliches Amt mehr bekleiden dürfte. Und das halte ich für gefährlich, das halte ich für fatal, denn wenn sich so ein Gedankengang tatsächlich Bahn bricht und wenn die Leute sagen, in der Allgemeinheit, sehe ich genauso, wer da einmal so eine Scheiße gebaut hat, der darf halt nichts in der Öffentlichkeit machen. Dann sind wir schon wieder bei so einem Antifa-Narrativ, was ja auch Philipp Schlaffer und mich immer wieder trifft, indem man sagt, hier Täter, die jetzt den Opfern die Zeit stehlen und hier dann noch bejubelt werden dafür, dass sie ausgestiegen sind. Die haben in der Bildungsarbeit nichts zu suchen, die sollen am besten für alle Zeit die Fresse halten und nie wieder irgendwie einen Pieps sagen. Ja, dann sind wir schon so ein Schritt auch dabei, dass man sich die Frage stellt, okay, wenn ein Jugendlicher da tatsächlich Scheiße gebaut hat, spielt es plötzlich keine Rolle mehr, ob er damit vernünftig umgegangen ist oder unvernünftig, so wie meiner Ansicht nach Aiwanger, sondern der hat dann prinzipiell Klappe zu halten und darf nirgendwo mehr gewählt oder irgendeinen Posten beziehen. Und das ist für mich schon totalitär, finde ich. Das ist halt auch wirklich fatal. Das macht halt die ganze Arbeit dann halt kaputt, aber das hat auch Aiwangers Problem. Und wir müssen halt einfach da klare Kante zeigen und sagen, nee, also der Typ hat auf jeden Fall irgendwo Dreck am Stecken, jetzt nicht zuletzt auch wegen der Lehrerin, was ja nichts damit zu tun hat. Also er hat ja in diesen Antwortkatalog halt auch reingeschrieben, es gab noch andere Sachen, die am Kunstunterricht, gab es irgendwas? Da würde man doch schon hellhörig werden, was gab es denn noch im Kunstunterricht? Also wann hat man, wann eskaliert man im Kunstunterricht? Ja, und wenn man halt die Geschichte jetzt von der Lehrerin hört, die er auch nicht offen aufarbeitet und sagt, ja, übrigens, das Ding im Kunstunterricht, nein, er wartet ab, was die Lehrerin halt noch dazu sagt, gibt aber vorher in diesem Fragenkatalog halt noch mit, was in der Schule passiert, bleibt in der Schule, so nach dem Motto, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas. Und es hat aber nichts mit Schulinternas in dem Sinne zu tun, sondern es ist konkret sein Verhalten. Und sein Verhalten war damals echt beschissen. Deswegen glaube ich ihm auch die Geschichte nicht, dass er deeskalieren wollte bei seinem Bruder, sondern dass dieses Flugzeug halt von ihm ist und dass er da halt nicht den Arsch in der Hose hat, da zu stehen. Wie gesagt, gestern war mein Kumpel hier, wir haben auch drüber gesprochen und er meinte auch, also der ist halt sehr links und er hat auch gesagt, er hat ihm das locker verziehen. Er hat dann gesagt, ja, aber das wie, weil er auch immer mit irgendwelcher Scheiße auffällt, auch in seinem Bierzelt reden, kein Funken von Selbstreflexion und dass er halt einfach, ja, nicht klare Kante oder klare Stellung bezieht. Das war scheiße von mir, das war dumm. Nein, mein Bruder braucht sich da jetzt gar nicht für schämen. Ist ja egal, wer das von uns beiden nun war. Also da könnte er ja auch noch so ein bisschen, könnte immer wieder sagen, ja, mein Bruder war es vielleicht doch, aber er würde einfach sagen, nee, die Scheiße hat meine Familie verbockt, ich habe die verbockt. Das ist unser Problem, das haben wir aufgearbeitet. Er hätte ja auch ins Detail gehen können, er hätte ja sagen können, ich bin dafür bestraft worden, er hätte ja dann sogar diese Andeutung hätte er weiterverfolgen können als Geschichte. Also allein vom PR-Standpunkt, er hätte ja auch sagen können, von wegen, ja, ich habe damals da mitgemacht, ich habe das zwar nicht geschrieben, aber ich habe es verteilt, man ist dann auf mich gekommen, weil ich auffällig geworden bin. Ich habe damals mich halt scheiße verhalten, das tut mir schrecklich leid. Ich habe dann damals ein Referat darüber geschrieben. Ich wusste vielleicht damals gar nicht, worüber ich da rede, war mir die Intensität dessen gar nicht bewusst. Habe damals vielleicht gedacht, ach komm, ist eine lächerliche Provokation. Heute weiß ich, was das für einen Input bedeutet hat. Heute weiß ich, was tatsächlich dahinter steht, was für eine zynische Kackscheiße ich da verbreitet habe. Es tut mir leid, damals habe ich umgedacht, es ist danach nicht wieder vorgekommen. Bitte verzeiht mir und nehmt euch an mir ein Beispiel. Macht es nicht. Ich habe es gemacht. Es hat mir nicht gut getan. Ich habe mir dafür jahrelang Vorwürfe gemacht, aber bin jetzt auf dem richtigen Weg und hätte alles machen können. Aber er hat ja immer auch dann so Salami-Taktik. Ja, nö, ich weiß von nichts und keine Ahnung und mein Bruder und ich wollte deeskalieren und ja, dann weiß ich gar nicht mehr, worum es geht oder was da drin stand oder wer was gesagt hat. Aber oh ja, dann habe ich ein Referat gehalten, kam dann aufgrund dieses einschneidenden Erlebnisses, hatte das so einen Impact auf mich, dass ich mir da Gedanken drüber gemacht habe und um den Kopf gerade gerückt wurde. Das passt alles nicht zusammen. Das sind keine zueinander passenden Puzzlestücke. Und da bin ich halt auch dafür, dass das hat... Ich muss mich eben noch ganz kurz, damit keiner mir vorwerfen kann, ich hätte Fake News verbreitet. Ich habe eben fälschlicherweise gesagt, es sind laut dieser Umfrage 49 Prozent, die nicht möchten, dass jemand, der in der Schulzeit mit rechtsextremen Einstellungen aufgefallen ist, ein politisches Spitzenamt ausüben kann. Es sind nur 47 Prozent. Also besser als 49, nur 47 sind weniger. Aber es zeigt halt, dass der mediale Umgang und auch das Verhalten von Herrn Aiwanger halt dazu führen, dass Menschen dann es auch sehr einfach haben, sagen zu können von wegen, ach komm, wer einmal Scheiße baut, aus dem wird ja sowieso nichts, der steht nicht dazu, der nimmt sich keine Lehre daraus, der macht es nicht besser, der bagatellisiert, der redet dann von lächerlichen Jugendsünden, als wenn er irgendwo mal einen kleinen Streich gemacht hat. Den kann man einfach nicht mehr trauen, die dürfen kein Amt mehr ausüben an der Spitze. Und da ist leider auch, muss man ganz knallhart so sagen, Aiwangers Verhalten mit dran schuld, dass sich solche Gedankengänge in den Köpfen dann einnisten und von anderen Kreisen dann, die aus einer anderen Form des Extremismus kommen, dann auch vorangetrieben werden können. Weil dahinter steht ja nichts anderes als, diese Leute sind nicht zu rehabilitieren, die sind nicht zu resozialisieren, einmal Nazi, immer Nazi. Ja, das erinnert mich auch aktuell um diese Debatte hier, die bei Seven vs. Wild aufgetaucht ist mit dieser sexuellen Belästigung, dieser bekannte Tierfilmer da, der auch vom Bären angegriffen worden ist und der sich da auch ordentlich gezeigt hat und so und auch Mitgefühl erregt hat und so. Der sollte ja bei Seven vs. Wild mitmachen mit Joey Kelly. Und da hat schon der Hauptverantwortliche, Fritz Meinecke, und Fritz Meinecke ist jetzt kein Kind von Traurigkeit und jetzt auch niemand so, dem man jetzt besonders politische Korrektheit vorwerfen würde, wenn ich nur in sein Wikipedia schaue und wie er halt auch Reactions macht auf Thomas Gast oder so. Ist einfach mega witzig, seine sarkastische Art, aber hat auch gegenüber Frauen mal so einen Spruch gebracht und so. Ist halt alles nicht cool, aber wenn der schon sagt, dass dieser Typ drüber war und der Typ, der diese Frauen da angegangen ist, so am Arsch packen und so Sprüche bringen und so sich ganz unangenehm verhalten hat, hat dann über seinen Anwalt verlautbar und hat erstmal eine ganz andere Geschichte erzählt, die eigentlich passiert ist und er kann sich an nichts erinnern und für ihn ist die Sache erledigt. Also auch das Schlimmste, was man machen kann, anstatt einfach zu sagen, ja, ich glaube, ich habe da einen Fehler gemacht, aber wie der Fritz halt auch sagt in dem Fall, dieser Mann lebt in einer Parallelwelt und so ist es wahrscheinlich bei Aiwanger auch, dass der in seiner Bubble, die Leute, die ihm halt zujubeln, die dann halt hupsi, hupsi, dass er sich gar nicht selbst reflektieren muss, dass er einfach sagt, ja, das war eh alles richtig. Und so sieht das der Typ halt auch, dieser Andreas Kieling, dieser Naturfilmer, der war sich keiner Schuld bewusst, als sie ihn dann nach Hause gebracht haben, also die haben ihn ja vom Set geschmissen dann, aber alles sehr förmlich und höflich und so und da waren noch ein paar vom Team dabei, von Seven vs. Wild und haben dann halt gesagt, also Fritz dann so mitgeteilt, also der ist sich keiner Schuld bewusst, der packt den Frauen da einen Arsch, selbst wenn die Frauen so Abwehrhaltung machen, das ist für den alles kein Argument, so nach dem Motto, komm doch Mädel, zieh dich mal nicht so und dann auch so Sprüche, die er im Bus gebracht hat und so, das ist so ein Verhalten von diesen typischen, unangenehmen Boomer-Generationen, wie es immer schon mitgekriegt ist. Ja gut, da brauchst du gar nicht Boomer-Generationen, guck dir Michael Wendler an, oder guck dir generell auch Extremisten an, für Extremisten sind immer die anderen schuld, und selbst wenn man dann so Zähne knirschend eingestehen muss, ja, war ja nicht korrekt, aber wie die jetzt mit mir umgehen, ist ja viel schlimmer und das ist überhaupt gar nicht gerechtfertigt und schon nimmt man dann wieder die Opferrolle ein und das hat man beim Fall Aiwanger ja auch gesehen, ja, anstatt da jetzt wirklich mal Kreide zu fressen, anstatt zu sagen, ey, Leute, auch wenn ich nicht mehr alles weiß, das war damals echt eine Scheißaktion, das war keine kleine Jugendsünde, das ist nicht damit vergleichbar, dass ich meiner Lehrerin vielleicht einen Kaugummi unter den Stuhl gepappt habe, damit sie daran haften bleibt, das war ein ekelhaftes, menschenverachtendes, zynisches Flugblatt, in dem die Gräuel, die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus ins Lächerliche gezogen wurden und zynisch dargestellt wurden, es tut mir schrecklich leid, dass ich daran Anteil hatte, ich hatte damals eben dann eine Phase, in der ich nicht richtig rund gelaufen bin, habe mich damit auseinandergesetzt, habe dafür in der Schule schon dann auch entsprechend meine Strafe auf mich genommen und kann mich jetzt hier in aller Öffentlichkeit nur nochmal deutlich entschuldigen, stattdessen kam er sofort wieder Kampagne gegen mich, Hexenjagd, jeder Stein wird umgedreht, wir haben doch wichtigere Themen im Land, lasst mich doch mit den alten Kamellen zufrieden und das ist halt keine klare Aussage, das ist keine Verantwortung übernehmen, das ist keine klare Darstellung, dass er wirklich eine Lehre daraus gezogen hat, dass es ihm leid tut und er hat dann sehr schnell wieder halt diesen Trump-Effekt als Populist dann auch in Szene setzen wollen, das funktioniert in Deutschland zum Glück nicht so einfach wie in den USA, dass er dann quasi, oh ich werde angegriffen und alle wollen jetzt was von mir und daraus schlage ich politisch Kapital, das hat halt nicht so funktioniert, weil dafür ist er als Licht zu klein, dafür spielt er halt auch nur in Bayern eine Rolle und dafür ist auch seine Partei nicht so geschlossen hinter ihm, wie er sich das gewünscht hat und ich glaube, das ist tatsächlich dann die Hybris eines Eibangers, wo wir auch dann die Brücke schlagen können zu der Hybris von Extremisten, die einfach, wie du es vollkommen richtig gesagt hast, nicht imstande sind, ja, Selbstreflexion zu betreiben und auch wirklich einen Fehler bei sich zu suchen und wenn man den Fehler bei sich nicht suchen kann, dann kann man auch nicht wirklich Verantwortung übernehmen, dann kann man keine Reue empfinden, dann kann man keine Abbitte leisten, dann kann man auch nicht versuchen, es besser zu machen, weil man halt immer denkt, war ja nicht so schlimm oder ist nicht das Problem von mir oder die anderen sind ja viel schlimmer, ja, aber so funktioniert das eben nicht und darüber ist er jetzt gestolpert und ich bin gespannt, wie das jetzt auch in dieser Causa hier weitergehen wird. Da wird auf jeden Fall noch was kommen, da werden sich wahrscheinlich die Mitschüler nochmal äußern, die dann halt auch meinetwegen unter Eid dann aussagen oder die Lehrerin halt, ne, ja, aber ich habe gerade mal geguckt, dieses Fritz-Meinig-Ding, wo ich ja denke, das ist immer so ein Nischenthema, aber ich habe es vor zwei Tagen geguckt oder so, wo es rauskam, da hat es 300.000 Aufrufe gehabt, jetzt hat das Ding nach zwei Tagen 2,1 Millionen Aufrufe, also das ist halt schon so ein Riesending in dieser YouTube-Community, weil dieses Format halt 7 vs. Wild halt mega geguckt wird, ne, auch wenn da manche Leute überhaupt, wer ist das, wer ist Fritz Meinecke, wer ist 7 vs. Wild, also das ist schon krass, wie das seine Runden zieht und da hat er auch einen Satz gesagt zu Joey Kelly im Bus, wo die Frauen halt nicht auf seine Flirtversuche angesprungen sind, da hat er auch gesagt so, ja, ja, so sind sie die Weiber, erst große Fresse haben und dann nicht was eingestehen wollen oder, ja, also so dieses typische Narrativ. Typisches Insellgelaber, das ist doch genau so, da läuft eine Frau rum, die flirtet zuerst mit denen und dann gehen sie mit der in die Kiste und zwingen die zu Sexualpraktiken, die sie nicht haben wollten, dann kommt so ein blöder Spruch, die ist ja selber schuld, da muss die nicht so rumlaufen, die hätte ja nicht mitgehen müssen, also null Selbstreflexion, null Empathie, ich bin das Opfer und alle anderen sind die Böse. Und das siehst du auch in den Kommentaren, also die meisten sind halt positiv und sagen, ja, war super, wie ihr euch das gehandhabt habt und wenn selbst Fritz Meinecke sagt, dass du reingeschissen hast, dann hast du halt reingeschissen. Das ist, also wenn, das ist wie bei Aiwanger, wenn selbst Wagner von Bild, ja, Post von Wagner, wenn der selbst sagt, dass das keine Jugendsünde war und wenn der, der unangenehm, dieses Arschloch quasi sagt, du hast reingeschissen, dann hast du wirklich reingeschissen. Ja, das, naja. Hast du ein schlimmes Wort gesagt, ähm, ich, ich würde das selber nicht in den Mund nehmen, aber ich würde dir auch nicht widersprechen bei dieser Apostrophierung. So, mein Lieber, ähm, wir werden hier mit dem Thema jetzt, glaube ich, auch durch. Ich mache jetzt für alle, die es gar nicht erwarten können, natürlich hier noch ein bisschen Werbung. ich blende jetzt mein Buch mal nicht ein, weil du hast es hier nämlich liegen, ja, also du warst also der eine, der es gekauft hat. Yay! Noch gar keine Widmung von mir. Ich kann einfach nur die Kamera, falls es nicht sieht. Ich sehe es, ich sehe es. Vielen, vielen lieben Dank, ja, also ihr kriegt dieses wunderbare Buch, ja, wie ich mich jetzt einfach mal ganz unbescheiden selber loben mag, überall dort, wo es Bücher gibt, das heißt im Buchladen um die Ecke, die können das ordern, wenn es nicht sowieso in der Auslage stehen haben. Ihr kriegt es auf Amazon, ihr kriegt es auf Thalia, ihr kriegt es auf Hugendubel. Ich freue mich natürlich über jeden, der es kauft und der daraus einen Mehrwert ziehen kann, der es vielleicht dann, wenn er es gelesen hat, weiter verschenkt oder der Stadtbücherei spendet, damit dort eben die Leute sich ausholen können, die nicht so viel Geld in der Tasche haben, es sich zu leisten. Jeder Verkauf hilft, da freue ich mich sehr deutlich drüber. Was auch hilft, ist natürlich jedes Like und jedes Abo, ob bei Instagram oder bei X, hieß ehemals Twitter, ich habe hier noch Twitter stehen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Jedes Abo hilft natürlich, wie jeder Daumen nach oben oder nach unten, wenn es euch gefallen oder nicht gefallen hat, ganz, ganz wichtig, die Glocke aktivieren, damit ihr immer up to date seid, wenn hier neue Inhalte veröffentlicht werden und Paypal, eine kleine, große oder mittlere Spende, um meine Arbeit zu unterstützen, sowohl auf diesem Kanal als auch in meiner ehrenamtlichen Präventionsarbeit bei Schülern, bei Ausstiegswilligen, mit denen ich teilweise stundenlange Diskussionen führen muss, die ich begleite, die ich vermittle an Ausstiegsprogramme. Das mache ich alles, ohne dafür auch nur einen Cent zu bekommen, auch wenn gerne von anderen interessierten Kreisen das Gegenteil behauptet wird. Bei mir stehen keine Merkel-Milliarden rum und noch nicht mal als irgendwie Scholz Hunderttausender, nämlich tatsächlich Zero, Nada, Nothing. Deswegen bin ich auf eure Hilfe, Unterstützung für diesen Kanal, für meine Arbeit angewiesen. Könnt ihr auch gerne mit einer Kanalmitgliedschaft hier auf YouTube oder einer Patreon-Patenschaft machen. Da wird nämlich regelmäßig dann im kleinen oder größeren Rahmen hier meine Arbeit unterstützt. Da bin ich auch für jeden dankbar, der schon dabei ist. Ganz, ganz großes, liebvolles Herz geht an euch raus mit einem fetten Dankeschön von mir und allen anderen, die diesen Kanal hier auch verfolgen und mitgestalten und mithelfen. An erster Stelle natürlich hier mein Freund der Michael, der sich auch heute wieder die Zeit genommen hat, ein paar gar nicht mal so tolle Themen hier zu besprechen, in der Hoffnung, euch den ein oder anderen Gedankengang damit erhellen zu können oder vielleicht einen Gedankenansturz zu geben, vielleicht Dinge ein bisschen erklärbarer zu machen und unsere Meinung dann eben mit in den Diskurs einzubringen. Das letzte Wort gehört nach dieser Werbekanonade und den Lobhudelein hier natürlich wieder meinem Gast, dem Micha. Micha, the stage is yours. Das war diese krasse Ankündigung, ja. Danke fürs Zuschauen, schreibt in die Kommentare, wir antworten auch eigentlich immer drauf, so wenn sie halt kritisch sind oder wenn sie halt positiv sind, auch gerne, also alles einfach reinschreiben und dann, ja, danke für die Hilfe. Wisst, bei Kommentaren gilt's wie im Swingerclub, alles kann, nichts muss, aber freundlich bleiben. So, liebe Leute, habt einen schönen Abend, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. und dann, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.